Die Reise in der Box Dann brauchen wir heute mal die Reise loszuliehen und in der Box zusammen machen, ne? So, ja? Hm? Wo bist du Tiger? Nun? Da ist der Tiger. Alles gut Tiger? So? Hm? Ja? So? Da ist der Tiger. Hallo? Du Spinner. Was soll das denn? Hm? So? Was soll das denn werden? So? Du bist zum Ferdinabrilon, ne? Ja? So? Tiger? Du bist zum Ferdinabrilon. Da ist schon einer von mir. Der wartet dann auf dich, ne? So, komm her. Der wartet auf dich. Hm? So? Hm? Los ist los. So? Los. Alles gut? Wie bist du Nummer 1 zur Freise geht heute, ne? Ja? So? So? Alles gut? Alles gut mit dir? So? Ja? Tiger? Du bist jetzt Tiger. Der Reise wird Nummer 1, ne? Ja? Alles gut? Alles gut mit dir? Ja? Alles gut mit dir? Alles gut mit dir? Was ist los? Komm her. Hm? Ja? Jetzt geht's in die Küche, ne? Ja? Jetzt geht's in die Küche, ne? So. So. Ab mit dir. So. Hm? Willst du dich nochmal teilen? Ja? Willst du dich nochmal teilen? So. Hm? Willst du dich nochmal teilen? Und dann gleich wieder nach oben, da, schau her, hallo, da haben wir, hallo, na gut, so ist die normal, so, jetzt kommen die Speerfaden rein, mit der Dicke Tante, ne, wo ist die Dicke Tante, ne, so, da ist die Dicke Tante, komm her, da ist die Dicke Tante, ne, so, hallo, hallo, alles ist gut, ne, so, ja, so, das ist voll schön, ja, so, das ist voll schön, das ist voll schön, ne, so, 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 das ist voll schön, ne, Alles gut ist hier gut, die Fafado, die Fafen, so, komm her, du, komm her, jetzt geht's in die Türke, fast lang genug hier, so, warst du lang genug hier, so, du musst dich alles fangen, ne, so, die Kante, so, zeigst du dir nochmal mein Geld, ja, so, zeigst du dich, ne, alles gut ist, die Kante, so, das war's, ne, das war's, und tschüss, aber jetzt können wir uns nächste Woche noch zeigen, so, jetzt geht's nächste Woche auf die Reise, ne, ich darf noch eine Woche hier bleiben, ne, so, tschüss, ne, ja, so geht's nach Vermilien, ne, und dann ziehst du wieder um, ne, nach Vermilienbruch, und tschüss.